Die Duft-Rebellen Ja, Glückwunsch, Beileid Such dir was aus Dann lieber Glückwunsch und Beileid Für dich, ja Beileid dann später, ne, nach der Folge Besser als bei Schlaf Aber das ist was anderes Ja, dazu kommen wir dann auch nachher Okay, ähm, Julian Gefühlt lange Nicht gehört Das stimmt tatsächlich, ja, wochenlang nicht Ja, ne, ja Aber auch ganz angenehm, wenn man dich Nicht jeden Tag und jede Woche hören muss Ja Deine Mutter lasse ich jetzt mal aus dem Spiel, okay Wow, 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 Vorsicht Okay Ähm, deine aber nicht Nein, okay, so, jetzt sind wir even Die Gute Ja, Julian, was hast du heute auf? Was ich aufhabe, ich musste Selbst erstmal gucken, weil den Duft gibt es gar nicht im Also, es ist sehr schwer den zu finden Im Internet Äh, es ist ein Geschenk von dir Von damals aus dem Unboxing Ich glaube, wie lange ist das jetzt schon her? Ein Jahr oder so? Oder zwei? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich auch nicht mehr Ich habe mich saukrass an diesen Invictus von Paco Ich wollte gerade sagen Ich habe Invictus im Kopf gehabt Ja, und da hast du dann nachgeguckt Ja, es sind dieselben Noten drin Also Oh nein, wie geil Ja Ja, also ich muss sagen Ja, ja Das Teil vom Geruch her Ja, wie jeder Mainstreamler im Prinzip Riecht gut Also, er riecht gut halt, ja Aber er hat halt null Seele Und der Duft davon hat noch weniger Seele Als null Noch weniger Seele, wollte ich gerade sagen Ja, und der hält halt auch dann, weiß ich nicht Eine halbe Stunde Dann kannst du nachlegen Ja Das, 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 das darfst du eigentlich gar nicht sagen Aber ich habe genau den Das ist ja so eine quasi 10 oder 8 Milliliter Abfüllung quasi Also so ein kleiner Travel Spray ist das ja, ne Ja Und ich habe das letztens in ein Paket reingelegt Das ich verkauft habe Einfach nur um Platzhalter zu haben Oh nein Ja, aber ich dachte mir Hey, vielleicht, ne Freut sich da jemand drüber Und keine Ahnung Weil, weißt du Ausprobieren geht immer Ja, ja, klar Und wenn einem halt dieser Dupe gefällt Dann kann man ja auch vielleicht Sich das auch original holen Ja, ja, genau Ja Ja, aber, aber André Das sind 100 Milliliter Die kosten ja schon wie viel? 5 Euro oder so Ja Wie viel kostet dann diese 10 Milliliter Abfüllung? Alter Ich glaube 2, 3 Euro Ach was Ja, da verschlucke ich mich auch sofort Ich glaube tatsächlich leider Also das ist natürlich dann eine Spanne Die jenseits von Gut und Böse ist Ja Ja, damit machen wir aber Im Endeffekt wahrscheinlich am meisten Gewinn Dann Ja Ja, was ist drin? Muss ich auch noch erwähnen Anscheinend ist hier die Grapefruit drin Und Marie Maritime Akkorde Muss ich sogar sagen Das hat wirklich so ein bisschen Meeresweib irgendwo So Geht ein bisschen in die Richtung Kenzo Habe ich das Gefühl Also hier Kenzo Om Und Le Par De Kenzo Also das ist ja Das ist einer meiner Lieblings Sommerdüfte überhaupt Muss ich sagen Ja Aber der hier Wie gesagt Der riecht halt gut Aber Mein Gott Das sprühst du dir drauf Und hast ein bisschen was Frisches Für Für eine halbe Stunde Und dann ist gut Ey Julian Wenn du mir gesagt hättest Dass du den als Duft des Tages Mal so ausprobierst So Just for fun Ich Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen Ne Ich glaube ich hätte alle Die komplette Duftwelt Vorher aufgezählt Bevor ich dann zu den Realtime Düften gekommen wäre Ja Das hat er auch verdient Also Ja Jedem anderen Duft vorziehen Und dann den Ja Aber man muss fairerweise sagen Ich persönlich kenne keinen anderen Laden Kein anderes Geschäft Und kein anderes Konzept Was einfach so Travel Sprays Für ein Appel und ein Ei mitgibt Die optisch auch geil aussehen Mit Verpackung Und dem Flakon Und so Ne Mit Aufdruck auf dem Glas Ich weiß nicht Das ist also Das hat mich halt gecatcht Das hat mich gekickt Ey das ist doch mal eine Marktlücke oder Ja total Und das macht niemand anderes Und das ist so Verschenkt im Prinzip Weil da hast du ja auch den den Sweet Spot Von Ja 80 Euro für 100 Milliliter ausgeben Werde ich eh vielleicht die leer machen Und Oh ich weiß ja nicht Und dann hast du halt so Ein 10 Milliliter Travel Spray Und dann kannst du das vielleicht Weiß ich nicht Für 20 Euro anbieten oder so Oder 30 Total Dann sagt sich hier jemand Ja geil ey Das reicht doch Kann ich auch immer mitnehmen Und nachlegen Ja Keine Ahnung Warum die großen Parfümfirmen Da drauf nicht kommen Oder die Nischenhäuser auch Ja viele machen es ja zum Beispiel Aber gerade bei Nischenhäusern Hast du dann wieder das Problem Da kostet so ein Travel Spray Bereits 80 Euro Weißt du Ja Und dann ist das 5 Milliliter oder so Ja Ja und dann hast du das halt nicht mehr Aber ich kenne jetzt auch nur Erstmal Zoologist Wen kenne ich noch Ich glaube Floraiku Mhm Äh Imaginary Authors Machen das auch Aber sonst fällt mir jetzt gerade so Ad hoc niemand ein Außer dass die halt so 2 Milliliter Tröbchen Verkaufen Mhm Mhm Hm Ich glaube wir müssen dann mal anklopfen An die großen Nischenhäuser Unbedingt Überall mal Klinken putzen Bis wir was haben Ja man Bis irgendwas abfällt Ja Apropos bis irgendwas abfällt Oh Gott Das ist so überleid Fällt etwa deine Nase ab Bei dem Duft Den du heute drauf hast Nein im Gegenteil sogar Die möchte Wobei Sie würde höchstens Davon laufen wollen Um mit dem Duft Quasi Weißt du Mitzugehen Mhm Weil der Tatsächlich überraschend ist Ich habe heute ein Ähm Einen Duft Von einem Dufthaus Das wir bereits einmal hatten Und das jetzt eher exotisch ist Oder eher gesagt orientalisch Und zwar ist es wieder Taif Ja Taif Al Imarat Und es geht um den Taif T4 Ähm Der wenn ich das richtig jetzt herausrecherchiert habe Sehr stark in die Richtung Ud Wut von Tom Ford gehen soll Hatst du schon mal Ud Wut gerochen? Nee Und deswegen war ich so gespannt Das jetzt mal auszuprobieren Denn ich habe dann irgendwann mal Die Möglichkeit Diesen Vergleich zu ziehen Weißt du Ähm Aber es soll nur ähnlich sein Also das Ich würde das jetzt vielleicht Nicht unbedingt als Duft verbuchen Ähm Und das Interessante ist Da sind so Sachen drin Wie Honig und Ud Und klar Also das Udige Riechst du heraus Und das Süßliche Könnte so ein bisschen Als Honig verbucht werden Dann gibt es Ähm Cranberry In der Herznote Und Punus Dasi Carpa Was auch immer das sein soll Ich kann das ja mal eben On the fly Wieder recherchieren Ähm Das wird schon wie ein Italiener Ja gute Frage Es wird auch hier nirgendwo Also es gibt scheinbar Kein anderes Parfüm Das es irgendwie Beinhaltet Klingt das nicht so ein bisschen Lateinisch Ja ja sag ich ja Wie so ein italienischer Name So Ist aus dem Englischen übersetzt Und das ist Ach Lila Aprikose Lila Aprikose Oder auch schwarze Aprikose Was ist Was Ist eine Baumart Okay Oh Gott Okay Das ist ja krass Interessant Ja Das ist wirklich interessant Aber Der Duft hat tatsächlich So was Udiges So was schweres Was meiner Meinung nach Immer so ein bisschen Ich will jetzt nicht das Wort Basisch nehmen Aber Wenn du es dann zum Beispiel Mit der Cranberry vergleichst Die hat dann ja eher wieder Was säuerliches Und das ist so ein Schöner Kontrast Der dann steht Während in der Basisnote So Patchouli Vanille und Kakao So ein bisschen Das Ganze abrundet Ich muss sagen Der riecht interessant Also es riecht orientalisch Aber nicht zu orientalisch Also es ist nicht überladen Du wirst nicht quasi Von dem Duft überfahren Aber der ist schon da Der hat schon irgendwie so Figur Der ist schon Der steht feste auf dem Boden Das hört sich aber interessant an Weil der Ud Wood Den finde ich ja super geil Der Ich finde Der ist halt mehr süßlich Als Udig Der ist eher Ja Das Ud ist so ein bisschen Kratzig im Hintergrund So ein bisschen muffig Im Hintergrund Ja Ja Aber Finde ich eigentlich Einen sehr süßen Duft Muss ich sagen Und der hier Der interessiert mich Also vor allem mit diesem Wie heißt das Bruno Banani Oder was Brunus Dasi Carpa Genau Genau der Brunus Eine Art der Aprikose Oder eine Form Voll interessant So Und damit kommen wir auch schon Zum Thema Des Tages Ähm Denn ich habe diesen Duft Nicht ohne Grund Als mein Duft des Tages Heute ausgesucht Ich habe Ähm Ein Geschenk bekommen Oh Erzähl mir mehr Über dieses Geschenk Ja Und zwar Handelt es sich dabei Um ein Mitbringsel Von der Bereits öfter erwähnten Arbeitskollegin Wie kann es anders sein Und die hat Die war jetzt Im Urlaub gewesen Und hat halt wieder So ein bisschen was mitgebracht Und Das ist so geil Irgendwann Mache ich mich gerade Für die Arbeit fertig Und dann kommt sie so Um die Ecke Und das ist ja meistens Wirklich so Ich weiß nicht ob Also viele kennen das Vielleicht immer so Zwischentür und Angel Du hast ja so Wenn du zur Arbeit kommst Oder wenn du von der Arbeit Weg gehst Selten die Möglichkeit Mit jemandem jetzt Wirklich lange zu reden Das ist immer so Ganz schnell Bevor die Arbeit los geht Oder bevor man nach Hause muss Und dann drückt sie mir halt Einfach so eine Tüte in die Hand Und zwar Genau dieselbe Story Hast du schon Vor einem halben Jahr erzählt Ja Boah geil So Und Das letzte Mal War es aber Also das hat sich ja Immer so ein bisschen gesteigert Das letzte Mal War es ja Der Taif T10 Den ich dir auch dann geschickt habe Ja Der Übrigens Habe ich jetzt im Nachhinein Erst herausgefunden Der soll Ein Dupe Von Oud for Greatness sein Oder der soll eine große Ähnlichkeit Zum Oud for Greatness haben Echt Ja Beziehungsweise sagen wir mal Ähnlichkeit Das mit dem Dupe Streicht mal Also zumindest Ähnlichkeit Und Das ist sehr interessant Weil ich meine mal Da liegen ja Preislich Welten zwischen Das kann man ja wirklich so sagen Ich weiß gar nicht Wie 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 Dieser Taif Raum 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 Kosmetik So To go Kosmetik Parfüms natürlich Logischerweise Warte mal Raumkosmetik Also Ja Dass die Räume schöner werden Ja tatsächlich Also Genau Also so Raumdekorationen Die aber gleichzeitig Gut riechen Okay Wie kann ich mir das denn Vorstellen Was gibt es denn Ich kenne jetzt ja Nur diese Diffusorteile Genau Ich meine Ich meine Die verkaufen die Nämlich auch Richtig Das geht dann halt Über diese Diffusors Das geht Beispielsweise auch Über Ich meine Räucherstäbchen Aber auch Raumdüfte Und die Raumdüfte Die sind halt wirklich Sestilvoll gehalten Also das sind dann Nicht nur unbedingt Immer so diese Flaschen Oder Sondern dass Die sind auch so Leicht vasenförmig Manchmal Also wirklich Richtig edel Und mit Stil Richtig geil Richtig geil So ich zeig das jetzt auch mal Wir haben heute Natürlich zwei Perspektiven Die eine Perspektive Hat hier Julian Ich zeig es dir einmal Richtig schön In die In die Cam Das war das Logo Das hast du jetzt In so einem Nebensatz Erwähnt Dass wir Wir haben hier eine Kamera Diesmal Also der André Und ich gucke Ja Erzähl mal Ja genau Stimmt Das habe ich Also Das ist ein Novum Das ist das erste Mal In unserer Geschichte Dass wir jetzt Mit Kamera arbeiten Live In einem Podcast Also wer das jetzt nur auf Spotify Apple Podcast Und die anderen Sachen Die ich jetzt gerade vergessen habe Hört Ihr könnt gerne bei uns Auf dem YouTube Channel gucken Wie der André Den ganzen Shit hier jetzt Unboxt Und Das sogar in zwei Kamera Perspektiven Genau Dafür erstmal einen Daumen So Und ich lege auch sofort los Also das hier ist diese Tüte Die ist wirklich auch so In so einem schönen So leicht roughen Material So und diese Arbeitskollegin Hat mir diese Tüte Einfach in die Hand gedrückt Und Wir gucken jetzt einfach mal Zusammen rein Ich weiß nicht Die Frontkamera sieht auch Diese schöne Schleife Hier oben Was ist denn diese Schleife Dieser Henkel meine ich Der hier Das sieht so So edel aus Ja so ein richtig Weiches Seil Also das ist auch nicht fesse Sondern richtig Richtig weich Ey Das fühlt sich richtig schön Allein der Henkel Der sieht schon aus Wie als ob der 50 Euro kostet Ja Und das ist genau Das was die Marke Nämlich verfolgt Taif Al-Emerat Die machen wirklich so Luxuriöse Prunkvolle Sehr edle Produkte Und Die gibt es auch gar nicht so lange Die gibt es seit 2006 Ach was Also gar nicht so lange 15 Jahre Die versuchen sich aber mittlerweile Damit so eine kleine Tradition aufzubauen Und bei denen steht wirklich so Der Kunde im Mittelpunkt Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen Als würden wir hier irgendwelche Fremdwerbung machen Aber ich muss sagen Ich selber bin halt noch nie in den Ähm Ich bin selber noch nie so in Orientalischen Ländern gewesen Gerade so in den Vereinigten Arabischen Emiraten Wo Taif quasi ansässig ist Und da haben die auch mehrere Shops Und Taif ist dort so ein bisschen wie in England Würde ich sagen Panhealigans Auch wenn du natürlich jetzt nicht das Ganze so vergleichen kannst Aber die haben halt so mehrere Shops Die vertreiben da auch nur ihre Produkte Genau Und die sind da halt wirklich ein großes Ding Wenn du da als Urlauber hingehst Dann wirst du da bedient wie ein König Und die versuchen dir natürlich alles mögliche anzudrehen Das machen Verkäufer natürlich auch hier in Europa An jeder Ecke In jeder Parfümerie Aber du fühlst dich da wirklich wertgeschätzt Weil das ist nämlich das Was mir die Arbeitskollegin dann so ein bisschen erzählt hat Und ich fange mal so mit den paar Basics an Was man hier so bekommt Dann gibt es hier natürlich so ein bisschen Eine Werbebroschüre Rainbow Collection Das ist gerade so für die Damenwelt sind das Parfüms Ich mach mal hier siehst du zum Beispiel auch wie die Produkte aussehen Boah die Teile sehen geil aus Ja das sind zum Beispiel die Damenparfüms Hier sind dann auch immer die verschiedenen Nummern angegeben Und auch was die Inhaltsstoffe sind Also so aus der Erfahrung weiß ich Oder beziehungsweise kannst du mir vorstellen Dass diese Nummern Sind das Dupes wahrscheinlich Von Parfüms die man schon kennt oder Genau richtig Das sind manche Manche sind Dupes Aber andere sind tatsächlich auch hauseigene Kreationen Aber dann wahrscheinlich nicht in dieser Reihe von Rainbow Da ist ja jetzt R07, R06 und so weiter Die haben ja eigentlich alle so Oder sind da noch mehr Namen Ne ne das sind auch Namen Zum Beispiel hier guck mal da ist Das eine heißt In Love Ah ja okay Und das andere heißt Aura Diese Betitelungen Ich weiß jetzt auch nicht genau warum die das so gemacht haben Allerdings hat jeder wirklich seinen eigenen Namen Und hier kommt ein lustiger Gedanke Ich meine Oud for Greatness von Initio Ist ja ein Parfüm, das ich mir auch bald holen möchte Und im Prinzip ist der Duft quasi Den ich vorhin vorgestellt habe Ist ja so ein bisschen das Oud for Greatness von Taif Das T10 meine ich war's Und es stellt sich die Frage Wer hat denn jetzt eigentlich wen nachgemacht Denn gerade Taif als Unternehmen Das er eben aus den Arabischen Emiraten kommt Die sind ja quasi für Oud Und Amba Und orientalische Öle schlechthin bekannt Ne und und Ich glaube Initio ist ein europäisches Unternehmen Und die machen dann eben so einen schweren Oudduft Also da stellt sich natürlich die Frage Wer war zuerst da oder wer hat es zuerst gemacht Oder wer hat den Anspruch Dass es irgendwie Authentischer hergestellt wird Weißt du wie ich das meine? Ja gut Also sind die wirklich aus Europa? Kann das sein aus Italien sogar? Initio? Ja ja ich meine auch Aber ja gut Die schweren Düfte Die kommen natürlich Also so Oud basierte Düfte Die kommen natürlich da aus dem arabischen Raum Beziehungsweise haben ja auch angefangen Mit ihren Räucherstäbchen und so weiter Die beduften ja eigentlich alles was geht Mit sehr schweren Düften Also gehe ich mal davon aus Initio haben sich natürlich da inspirieren lassen Ja das glaube ich nämlich auch So und dann ist natürlich fies Wenn man sagt Das Taif T10 ist quasi ein Dupe Von etwas anderem Ne Wenn und jetzt kommt der Hammer Das Taif T10 das kostet eben Weniger als die Hälfte Vom Oud for Greatness Und hat eine fast genauso gute Wenn nicht sogar ein wenig bessere Performance Ja okay Das ist schon krass Bei so einem Duft Der generell ja schon extrem schwer ist Den nochmal zu übertrumpfen Also ich Ja ja Kann mich jetzt an den Oud for Greatness Nicht so richtig erinnern Ehrlich gesagt Der ist mir jetzt nicht so In der Nase geblieben Ja Und deinen Duft Den hab ich auch noch nicht draufgesprüht Weil da ist 0,001 Milliliter noch drin Ja da ist wirklich nicht viel drauf Genau So jetzt bin ich mal gespannt Da ich das jetzt mit euch zusammen auch öffne Werde ich das jetzt auch so aufreißen Auch wenn mir das ein bisschen zu schade vorkommt Oh André reißt auf Ja Ich bin Aufreißer Was hast du denn jetzt da? Schatzi wenn du das hier siehst Ich bin natürlich kein Aufreißer So Das ist ein Strohhalm Wie gut ist das denn? Okay André hat jetzt in einer ganz großen Ankündigung Hat er einfach einen Strohhalm anboxt Wie geil Okay wir gucken mal weiter rein was es hier gibt Das ist nämlich so eine Art Also die hat dann natürlich was gekauft Die Arbeitskollegin Und die hat dann natürlich so ein paar Sachen mit dazu bekommen So hier ist ein Komm Riecht der Strohhalm? Alter es ist ein Kamm Das sind halt so Kosmetik-Goodies die du da mitbekommst Ich muss mal auch gucken Ich weiß nicht dass es jetzt irgendwas Kosmetisches ist Und wir beide haben nur keine Ahnung Ich glaube nur das ist so ein Strohhalm So ein Strohhalm wie du auch bei Burger King kriegst oder so eingetragen hast Ja glaube ich auch Aber dieser verdammte Strohhalm hier der ist von Taif Das ist eine ganz andere Liga Wie viele Kilometer der hinter sich gebracht hat Ja ne überlebt mal Was ist da nicht hier? Ach ein Shaving Kit Oh nein wie gut Jetzt kann André sich endlich mal rasieren Ja das habe ich tatsächlich auch nötig Geil Hier auch mit so einer Shaving Cream 10 Milliliter Ah ja wie gut Ja André kannst du noch ein bisschen was über das Haus erzählen? Du sagst das ist schon ziemlich jung Genau es ist 15 Jahre alt Genau richtig 15 Jahre alt wurden die gegründet Und haben mittlerweile Ich will nicht lügen Ich habe glaube ich mindestens 20 verschiedene Shops gesehen Denn ich habe mir mal die Karte angeschaut Das kann ich vielleicht auch mal einblenden Dann im YouTube Video Wenn das Leute jetzt gerade auf YouTube sehen Und die haben halt so Ich meine in Kuwait hatten die einen Shop Übrigens in Kuwait gibt es auch einen Achmal Shop Und ich habe ja dieses Ich glaube Amberwood von Archmal Was ich richtig geil finde Das riecht so gut Und da wird ja klar Die Vereinigten Arabischen Staaten Die haben halt auch alle so ihre eigenen Parfümhäuser So wie wir in Europa hier Panhealigans haben Wir haben Creed Wir haben Weiß ich nicht Tom Ford Ist wahrscheinlich eher so ein bisschen internationaler Amerikaner Ja genau richtig Aber weißt du so Die haben das alles eben auch Ja kann ich mir auch gut vorstellen Und die haben ja auch relativ spät Also relativ im Vergleich zu anderen Ländern Ihren Reichtum halt Gewirtschaftet Und wollen da natürlich schon auch in die Parfümschiene Wie wir ja auch schon in der Amouage-Volke damals gehört haben Genau richtig Und jetzt wird es nämlich Kann ich mir vorstellen Dass jedes Ländchen da so Sein eigenes Parfümsüppchen dann kochen will Genau Und jetzt wird es nämlich sehr interessant Warte mal Das muss ich verstecken Für gleich Ähm Dann gibt es hier natürlich noch so Im Inneren Fragrance that travels as far as your imagination Genau das ist so deren Leitmotiv Das ist so deren Logo Und ich meine mal Es gibt ja viele Unternehmen Die immer sagen Sie wären sehr kundenfreundlich Und kundenorientiert Aber taiv So wie die Kollegin mir das erzählt hat Wie du da reinkommst Wie du eben auch behandelt wirst Und die kennt den Verkäufer dort scheinbar schon seit Jahren Weil sie auch regelmäßig da hinfliegt Ähm Okay Also du wirst da wirklich richtig warm empfangen Also nicht Man ist da so richtig per Du Kannst du mir vielleicht sagen Warum die so oft da hinfliegt Hat die da irgendwie Connections oder so Ne Ich glaube weder das Und das ist auch jetzt nicht unbedingt so Dass die Weiß ich nicht irgendwie Also die ist Die ist jetzt nicht reich oder so Ne Aber das ist einfach glaube ich Ein Mensch der sich sagt So ich arbeite Weißt du das ganze Jahr hart Und dann möchte ich mir wenigstens Einmal im Jahr wenn es geht Sowas gönnen Und ich glaube Wenn du zum richtigen Zeitpunkt Und auch vor allem mit dem richtigen Wissen Ne Es gibt ja wirklich so Urlaubsexperten Wenn du dann zuschlägst Dann kriegst du halt auch was Mhm Mhm Genau Und und ja Und die fährt glaube ich so alle zwei Wenn es geht jedes Jahr Fliegt die halt da hin Und dann holt die sich was So und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Highlight Jetzt will ich was sehen Auf mich damit Ja Alter jetzt geht's Und zwar Boah Ist das eine Eine Oh Das sind das kleine Mini Flakos Jawollek Boah das sieht ja geil aus So Hier leider so ein bisschen angekratzt Das tut mir auch schrecklich leid Ne Ähm Das hier Das ist so eine Art Ähm Ja Travel Spray Kit Kann man sagen Das ist eine Kollektion Auch vorne aus der T-Kollektion Ist da was mit drinnen Also für Herren Wahrscheinlich Ja genau Da ist nämlich auch mein Duft des Tages drinnen Allerdings sind da nicht nur Herrendufte Ähm Da sind auch zwei Ich meine Damen und sogar Unisex Düfte drin Guck mal an Das ist ja schön Ja Also die sind Wie viel Milliliter ist denn eine Flasche drin 15 Oh das reicht doch Das reicht wirklich Was ich ja eben schon angesprochen habe Genau so könnte man doch Parfüm auch vielleicht vermarkten Genau Genau Ich zeig mal kurz die Umverpackung Richtig schön gehalten Hier auch mit den Öffnungen Das Logo vorne drauf Das ist so ein Ähm Ja so ein festes hartes Plastik kann man sagen Ja Ähm Die stellen die Düfte alkoholfrei her Okay dann erzähl mir mal Was jetzt Dann das Trägermaterial sozusagen ist Ähm Die verwenden nur Duftöle Hier steht es auch Natural product free of chemicals Und Die Ingredients sind Distilled water Sugarcane And aromatic oils Es steht hier auch drauf Schau es dir an Ja Sugarcane Was kann ich mir da drunter vorstellen Das kann ich eben schnell googeln Sugarcane Ja für unsere Zuhörer Der André Der zeigt mir jetzt gerade die Umverpackung Not for sale Stimmt Steht ganz groß drauf Zuckerrohr Zuckerrohr Ach Zuckerrohr Ja Okay Eine Art von Zuckerrohr scheinbar Also das ist nämlich Ja Also sind die Düfte dann auch Weniger lange haltbar oder Und jetzt Jetzt kommt es Also ich glaube Ja Aber ganz ehrlich Ne Das ist auch nur so eine theoretische Floskel Die man ja sagt Ne Dass das Alkohol das alles so haltbar macht Und so Wobei doch Ich könnte es mir vielleicht vorstellen Denn Das hat sie mir auch gesagt Ähm Die verwenden Parfüm auch ganz anders Wie wir Also die benutzen das wirklich Sehr stark Sehr häufig Ähm Und ne Zum Ausgehen Zum Essen Das ist bei denen wirklich Kultur Ja ja genau Was ich ja auch meinte Ja mit diesem ganzen Heucherwerk und so weiter Ja genau Dass die eigentlich alles parfümieren Und da auch duften lassen Dann kann ich mir vorstellen Dass das wirklich Also ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt Das höre ich gerade zum ersten Mal Dass sie kein Alkohol verwenden Einfach weil die es so häufig benutzen Anscheinend Ja Als dass es eh leer wird Innerhalb von Ja ne Das ist eigentlich voll der Kulturschock für uns Äh Das ist nicht genau Ich glaube Aber das war ja auch meine Die ich gerade damit meinte Ich glaube tatsächlich Dass das so ist So habe ich es auch von ihr gehört Und vernommen So das sind die schönen Teile Ja aber was Was haben wir jetzt hier Was haben wir hier So ich mach das mal auf Schau dir das an Ja das sieht nett aus Mein lieber Scholli Das da Das ist der T4 Das ist der Den ich aufhabe Ah ok Mein Duft des Tages Mhm Richtig ne Und zwar Ähm Genau Hatte ich bereits gesagt Was da alles drinnen ist Soll angeblich ganz leicht In die Richtung Ähm Ootwood gehen Und ja Das riecht einfach richtig gut Also ist ein orientalischer Duft Der dich aber nicht Mit dieser Mit dieser Orientalik erschlägt Mhm Ja so Was ich geil finde Wenn man das hier rausholt Ich weiß nicht ob du das weißt Aber manchmal hat man das Gefühl Die werden zerdrückt Von dem Steropor hier drinnen Ja Alter das hier ist samt weich Ich habe noch kein Parfüm erlebt Egal wie teuer es war Wo das hier so weich war Wie hier in dem In diesem Kit Also ich weiß nicht Das legt sich auch ganz anders rein Also das fällt wirklich perfekt In diese Ausbuchtung In diese Aushöhlung Das ist so ein geiles Gefühl Also kennst du dieses Oddly satisfying Dieses Meme So ist das Ich könnte das Stunden machen Also ihr könntet mir Stundenlang dabei zugucken Wie ich das einfach wieder Hier reinlege Die ganze Zeit Ja und unsere Zuschauer Wollen das natürlich auch sehen André Und unsere Zuhörer auch hören Ja So ASMR mäßig ASMR mäßig Deswegen zeige ich das Jetzt einmal hier rein Das ist das Als ich das gesehen hatte War meine größte Befürchtung Ich habe wirklich fast schon Angefangen zu schwitzen Oh nein Das sind bestimmt solche Tröpfelteile Und siehe da Ist es nicht Es ist ein fucking Zerstäuber Meine Damen und Herren Wir haben einen Zerstäuber Weißt du du hast es gesagt Als hätten wir ein UFO gesichtet Aber so fühlt es sich wirklich an Ja Ja Und das ist eigentlich Ja Auch ein ganz geiler Ganz geiles Ganz geiler Vergleich Es fühlt sich wirklich an Als hätte man hier ein UFO gesichtet Weil Das hier gibt es auf dem Europäischen Markt Nicht so zu kaufen Und wenn ja Dann schweineteuer Weil du 50 Euro Versandkosten bezahlen musst Teilweise Hast du mal geguckt Gibt es so Shops Oder gibt es irgendwelche Retailer In Deutschland Oder Europa Bei Ebay Ein paar Die Sachen verkaufen Ja bei Ebay Ein paar Ich glaube auch bei Amazon Ansonsten gibt es eben Die hauseigene Seite Von Taif Wo sie es verkaufen Genau Aber ich sehe die Düfte Zum Beispiel auch bei Parfumumzug Eher selten Also ich ehrlich gesagt Noch nie Ja also deswegen Das ist wirklich schon So eine kleine So eine kleine Seltenheit Ja So das hier ist dieser Duft Der ist zwar unisex Aber ich sage dir Der geht eher in Richtung Herren Das ist schon so ein Herrenduft Also sie sind generell Wahrscheinlich alle auch unisex Oder außer Die Düfte nur für Frauen Oder waren die wirklich nur für Frauen Jetzt kommt es Die beiden hier Bin ich der Meinung Das sind Frauendüfte Ach So Das ist ein Damenduft Und zwar ist das hier der Sehe ich das richtig? R5 Genau Das hier ist der Rainbow Ja Das ist einer dieser schönen Flakons Die wir vorhin gesehen haben Mhm Ne Auch hier wieder mit Zerstäuber Was steht denn da? Ist das Eau de Toilette? Das ist ein Eau de Parfum Ah ja Sieht man es? Verstehe Da Ja Ja Okay der Fokus ist bei deiner Kamera Nicht so On Point Warte Wie machen diese Beautyblocker Das immer? Guckst du Beautyblocker? Ich weiß es nicht Guckst du die? Ich weiß Nee Gibt es sowas? Ja hast du nur gehört Ja klar So Hast du den auch schon mal aufgehabt? Nein Aber dran gerochen Und der hier Der riecht Richtig angenehm Der riecht so blumig Ja Aber so So Nicht putrig blumig Nicht cremig blumig Der riecht frisch blumig Der hat so einen ganz ganz leichten Touch Touch von So einem Ganz süßen Waschmittel Weiß ich nicht so Wenn die Wäsche so frisch rauskommt Ich guck mal eben Da drin Nein Da drin sind Beiglöckchen Iris Weiße Rose Mai Rose Moschus Und Amber Kann ich mir sogar vorstellen So in welche Richtung Das bisschen gehen könnte Ja ey Der riecht so gut Der ist so schön Dieser Duft Der ist wirklich Wirklich geil Und das geilste Es gibt auf Parfumo Noch keine einzige Rezension dazu Ja dann Wissen wir ja Wer die erste schreiben wird Alles klar Nicht dich Ne das war mir schon klar Also der ist dann eher Für deine Freundin oder Also Genau Gibst du Ihr auch Oder bist du so ein Typ der dann sagt Sollst du dich doch selbst kaufen Den Scheiß Die Sache ist halt die Der Duft Der ist schön Um den auszuprobieren Ich weiß aber nicht Ob ich den halt Den ganzen Tag Riechen möchte Weißt du Also das ist ein sehr schöner Duft Um ihn mal zu riechen Ähm Das stellt sich halt Weiß ich nicht Da stellt sich die Frage Ne Wenn sie ihn mal anprobieren würde Wie der sich verhält Ähm Das ist halt dann Eher die Frage Mhm Also ich kann mir das jetzt Noch gar nicht so richtig vorstellen Weißt du Ob er mir an ihr gefallen würde Oder nicht Ähm Genau Bevor du weitermachst Ähm Für unsere Zuhörer Die Düfte Die Flakons Die sehen übrigens Alle drei Drei Stück sind das Sehen alle drei so aus Wie diese Absolut Billigen Düfte Aus dem Aus jedem Jedem Einkaufsladen Ich weiß gerade nicht Wie die Marke heißt River River Heißen die River Oder so Ja Riva Riva Genau Riva Die Oder Riva So ein bisschen sehen die aus Die Flakons Äh aber die sehen nicht billig aus Oder? Ja Also Erinnert mich schon ein bisschen an die Okay ich muss sagen Ich weiß halt nicht wie es für die Kamera aussieht Aber ich muss sagen Wenn ich das jetzt so halte Das ist ja so ein Travel Set Also das ist jetzt so ein Probenset Und das sind drei 15 Milliliter Flakons Alles Eau de Parfums Ähm Richtig schön Mit richtig schönem Logo vorne drauf Mit goldener Kappe Dazu noch mit so einem goldenen Mantel Der über das Glas geht Also dieses Goldene Ist ja nicht nur quasi die Kappe Selbst Sondern ist auch noch so teilweise Über den Flakon gestimmt Ja ja Sieht auch ein bisschen aus Wie so ein bisschen Creed mäßig Ähm Ja Jetzt ist natürlich die Frage Ich finde die ultra schön Ultra schön Jetzt ist natürlich die Frage Ist das echtes Gold? Ne Weil die Die Riva Teile haben immer echtes Gold Ja natürlich Ja Das Ja 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 hab ich gehört Dann kommen wir jetzt nämlich zum R6 Und das ist der letzte Duft in diesem Set Ähm Und das ist ebenfalls Rainbow R6 Ist auch ein Damenduft Und hier wird es spannend Hier drinnen sind nämlich so Sachen wie Hirsch, Moschus Ja Patchouli Wandelröschen Und Rose Was für ein Röschen? Mandel? Wandel Wandel Wandelröschen Ich sprühe raus Ich sprühe jetzt Ja komm Ich sprühe auf Jetzt seht ihr endlich mal wie André Parfüm sprüht Das wolltet ihr doch schon immer sehen Und hören vor allem Jetzt hab ich schon natürlich außerhalb der Kamera als Profi gesprüht Oh toll Mh Okay Interessant Riecht auch Riecht auch so ein bisschen frisch So eine Frisch? So eine Weih Oh alter Der riecht aber so ein bisschen wie Spüli Oh geil Ey aber also das ist so ein Blumenduft Mit einem Klein-Kick-Spüli Oh warte mal Boah nee Der entwickelt sich gerade Der ist gut Also das ist kein Spüli ist auch gut Eingetragener Das ist aber kein unangenehmes Spüli Ich glaube diese aquatischen Noten Die kommen jetzt gerade so raus Aber auf so eine Alter der ist interessant Der ist interessant Also ich muss sagen Der ist richtig interessant Aber ich weiß nicht Wie man den trägt Wie der sich entwickelt beim Tragen Der hier würde sich schon eher zum Tragen eignen Ist aber schon eher so ein Uth-lastiger Damenduft Also der R5 Den du Genau Der R6 den habe ich jetzt gerade aufgetragen Der ist halt so ein bisschen Spüli mäßig Ey und der hier Der gefällt mir wirklich Der ist gut Also das ist so ein sehr interessanter Uth-Duft Also dein Duft des Tages Mein Duft des Tages Genau Der gefällt dir am besten von den dreien Jaja Hast du noch mehr jetzt bekommen Vielleicht Bröbchen oder so Oder sind das die einzigen Düfte Das sind die einzigen Düfte Die ich bekommen habe Sie hatte auch noch etwas auf Von Taif Was glaube ich Ein Dupe von Ähm Opium glaube ich Sein sollte Okay Und das roch richtig gut Also das hat mir gefallen Aber ich bin ja eh ein Fan von Opium Kannst du vielleicht nochmal nachschlagen In deinem großen Kompendium Was R5 und R6 sind Also wie die Namen lauten Von diesen Düften A Rainbow Beide sind Rainbow Jaja aber da war auch immer so Aura oder sowas Ach natürlich Ja jetzt weiß ich auch Welches Kompendium Du meinst Sehr gerne Das war hier Hier war die Rainbow Collection Das Kompendium mit 5 Seiten Also 5 und 6 Ja Da Da ist es schon Und zwar Mythical war die 5 Aha Und die 6 war Subtle Was ist nochmal übersetzt Subtle Halt es mal die Kamera Ich kann es nicht Vielleicht subtil Keine Ahnung Ja genau Das könnte subtil sein Also Weil du es jetzt gerade Ja weil du es in der Kamera siehst Kannst du natürlich jetzt gerade besser lesen Was da auch Unten steht Ne der Fokus ist nicht da André Der Fokus ist nicht da Ja Ah jetzt kann ich Ah ich kann aber kein Arabisch Hm Steht es nicht auf Deutsch Ich lese mal vor Es steht auch zumindest auf Englisch Steht es nicht auf Deutsch Was ist das Immer Wie immer wir Deutschen Ne Denken dass wir im Mittelpunkt Der ganzen Welt stehen Ja 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 hier Iris Und Lily of the Valley Beim R5 Dann in der Herznote Weiße Rose Und Mai Rose Stimmt das hatten wir gesagt Ja Und Bass Notes Delfinium und Cal Color Lily Achso Delfinium Oh Gott die Delfine sind wieder Da ist ein Delfin drin Deswegen ist das auch so grün Also der Flakon Ich muss sagen die Flakons sind schön Die sind so Jeder Flakon hat so seine Farbe Also der Subtle Also R6 Ist so grün So jadegrün Ja Der andere Der Mystical Der ist so blau Aber genauso So das blau Wie der Interlude Man Dieses blau So richtig schön Tief blau Und die Was war das andere Also das ist da nicht drin In diesem Büchlein Diese T4 Das ist glaube ich Hier in der T-Collection drinnen Ja Und zwar war das die T4 Genau Da das ist Was steht da oben Das ist das gelbe hier Was ich jetzt als Duft des Tages habe Genau Und zwar ich lese mal vor Spunky Oder Spunky Agarwood With Honey Spunky Spunky Es klingt wie so ein Pet in irgendeinem Rollenspiel Spunky Genau Die Kopfnoten sind Oot in Honey Dann kommen die Herznoten mit Ja Black Aprik Oh Schwarz Aprikose Tatsächlich Und Cranberry Ja Und dann die Basisnote eben Kakao, Patchouli, Vanille Also der ist Der ist schön Der ist cool Also ich muss sagen Die Also es gibt ja auch wieder einen Unterschied anscheinend Zwischen männlichen Und weiblichen Flakons Mhm Die männlichen Für Also die Für Männer die Düfte Oder Unisex Die sehen halt wirklich Eins zu eins Wie die Boa 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 Genau Genau Wie die Boa 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 oder so Ja Genau Die sehen halt genauso aus Ich dachte auch als erstes Als du mir das geschenkt hast Alter das hat er jetzt nicht getan Er hat mir echt diesen Boa Dicke Ja 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 Geschenkt und dann habe ich drauf geguckt und gelesen, dann war ich ein bisschen enttäuscht. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Auf einer Skala von 1 bis mega krass enttäuscht war es eine 8. Und die weiblichen Düfte, die erinnern mich jetzt an keinen Flakot. Die sind ziemlich einzigartig. Also die habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Die sind so ein bisschen rechteckig mit ein bisschen Schwung. Genau, richtig. Sehr schön. Aber die hier, die du jetzt gerade in die Kamera hältst, die drei 15-Milliliter-Flakons, die sehen halt wirklich aus wie Riva-Düfte. Also ein bisschen Creed, ein ganz bisschen Creed. Also mir gefallen die, aber auch nur, weil das wirklich so kleine 15-Milliliter-Flakons sind. Wären die, glaube ich, 50 oder sogar 100 Milliliter, dann würden die mich, glaube ich, auch nicht so ansprechen. André, weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Da unten steht Tee-Collection. Aber da sind ja ein Tee- und zwei Erdüfte drin. Ja, ja. Also ich habe folgende Vermutung, weil das ist jetzt nicht so gewesen, dass die, ich glaube, die Kollegin hat das jetzt nicht unbedingt, weißt du, so für mich gekauft, sondern das hatte sie mir auch so gesagt, sie hatte das auch noch über. Und ich glaube, weil ihr Mann sich das geholt hatte, haben die mir dann quasi so das Überbleibsel gegeben. Die Reste also. Du warst die Resteverwertung. Ich habe die Reste verwertet. Aber Alter, überleg mal, da kommt einfach ein Mensch um die Ecke und drückt dir das einfach in die Hand, weil dieser Mensch weiß, dass du mit Parfüm zu tun hast, warum auch immer, und dich halt dafür interessierst. Und das schenkt dir das einfach so. Ja, ja. Ja, das ist mir jetzt auch zweimal passiert in meinem Leben. Einmal habe ich so eine richtig krass große, okay, es waren vielleicht fünf Stifte oder so, Vintage-Kollektionen bekommen von so alten Davidoff-Düften und so und Lacoste. Und das andere Mal war halt mein Chef, der mir einfach sein Tom Ford Noir gegeben hat. Oh ja, das hast du mir mal erzählt. Du bist ja ein Parfüm-Heini hier. Nett. Ja. Ja. Zeig auch nochmal, kenne ich hier. Also das ist richtig weicher Stoff. Und das fällt richtig weich da rein. Also der andere, der steht total auf dieses Inlay. Wo man die Düfte reinfallen lässt. Ist das magnetisch? Das sieht immer so aus, als ob das voll da rein magnetet. Ja, es ist nicht magnetisch, aber das fällt, das flutscht so rein. Ja, ja, genau. Ich kann dir das nicht beschreiben. Das ist besser als jeder Rubik's Cube. Das ist wirklich, das könntest du stundenlang machen. Das ist einfach oddly satisfying. Ja, super, André. Dann die Düfte verkaufst du, aber nicht diese, obwohl doch, du brauchst dir die Düfte dafür. Und jetzt kommt es. Weil das jetzt nicht so einfach ist, an diese Düfte ranzukommen, habe ich mir Folgendes gedacht. Ich wäre bereit, wenn du natürlich möchtest, dir eine kleine Probe zukommen zu lassen. Ich fülle dir die mal ab, damit du einfach so ein bisschen mal reinschnuppern kannst. Und ich fände das eigentlich auch geil, wenn vielleicht unsere Zuschörer die Möglichkeit hätten, auch diese Düfte mal zu riechen. Boah, André, das ist ja genial. Ey, vielleicht machen wir ja, ich meine mal, ich will jetzt nicht sagen, was in knapp zwei Monaten vor der Tür steht, weil sonst rasten alle aus. Aber wir könnten ja mal drüber nachdenken, dass man dann vielleicht noch mal eine Art kleines Gewinnspiel macht, dass wir vielleicht einfach mal was verlosen. und dass ihr dann quasi, gerade für die Damen, glaube ich, wären die zwei Düfte auch sehr spannend, dass wir dann vielleicht mal so ein, zwei Duftpakete für euch wieder schnüren. Und dann bekommt ihr die Möglichkeit, da mal eine kleine Abfüllung von zu bekommen und da mal rein zu riechen. André, wir haben nicht darüber geredet, aber das werde ich jetzt einfach mal so entscheiden. Wir werden ein Gewinnspiel, das größte in der Geschichte unserer Duftgeschichte, werden wir jetzt veranstalten. Und zwar, wie du ja schon gesagt hast, in zwei Monaten Weihnachten, denk ich mal, meinst du? Ja, genau. Also Julian hat's gesagt, ihr könnt jetzt Julian in den Kommentaren gerne haten und hassen. Gebt ihm alles. Verdient hat er es eh. Und nee, André, da können wir doch das mit reinpacken. Und ich würde sogar sagen, wir haben ja auch kurz danach, haben wir ja auch Geburtstag. Ja, kurz danach. Also, ja gut, wann im Februar, oder? Ich meine, im Februar ist das. Keine Ahnung, und es ist ja auch noch Neujahr. Also Leute, ey, drei krasse Events in einem kurzen Zeitraum, da können wir doch ein richtig geiles Gewinnspiel machen, Mann. Julian rastet aus. Ey, wir werden euch so zufallern mit Parfüm, mit Flakons, mit Pröbchen und Travel Sprays und Merchandise, was irgendwas mit Parfüm zu tun hat. Ja. Und was ihr dafür machen müsst, das wissen wir noch nicht. Nee, nee. Das hätten wir nach der Folge drüber antreten. Wollte grad sagen, und ich würde auch sagen, ich möchte, also, ne, jetzt an alle, die jetzt gerade schon irgendwie heiß laufen, chillt mal, kühlt euch wieder ab. Das kommt wahrscheinlich dann auch wirklich erst frühestens Dezember oder so, ne? Also, noch kein Grund, jetzt hier gleich zu eskalieren. Aber wir werden uns vielleicht mal was ausdenken und dann werden wir euch vielleicht mal in den nächsten Folgen sagen, was ihr dafür tun könnt. Vielleicht sind wir ja auch so fies, wenn das wirklich dann mal so ein Riesending werden soll, wie Julian das gerade angeteasert hat. Dann können wir auch vielleicht ein bisschen mehr verlangen, ne? Dann vielleicht so, keine Ahnung, ein kleines Rätsel einbauen oder, ich weiß nicht, ähm, wir finden was. Gut. Julian, ich bin durch, ich bin fertig. Ja, sehr schön, André, du hast mir... Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, du hast mir sehr schöne Dinge gezeigt, was Parfüm beinhaltet und auch einen Kamm. Genau, zeig nochmal bitte alles in die Kamera, was alles dabei war. Aber wofür benutzt du den Kamm, André? Ich habe auch schon überlegt, ob das eine Andeutung von der Kollegin sein soll, dass ich mir mal öfter die Haare kämmen soll. Weil ich habe wirklich, muss man sagen, ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht, so dieses Harry Potter Problem. Ich kann mir die Haare so oft kämmen, wie ich will, die machen einfach, was die wollen. Ist das bei Harry Potter so? Jaja, es gibt in, also in den Filmen nicht, aber in den Büchern, kleiner Funfact, ähm, da wird beschrieben, dass Harry Potter, egal wie oft er sich versucht, die Haare zu kämmen, die immer das tun, was sie möchten. Als wäre es magisch. Weißt du, das ist so der erste Teaser im Buch. Äh, hat er irgendwie ein Toupet auf, was irgendwie ein Tier ist dann am Ende oder was? Weiß ich nicht, aber, äh, wenn es irgendwann eine Neuverfilmung gibt, können wir dich gerne für den Cast von Harry Potter, ähm, anbieten und dann kannst du das irgendwie hindrehen. Wusstest du, ich bin so ein Typ, für mich gibt es nur eine richtige Fantasy-Story, entweder Herr der Ringe oder Harry Potter und ich habe mich damals für Herr der Ringe entschieden. Tja. Ja, deswegen, ich habe noch nie Harry Potter gesehen, gelesen, was auch immer. Ich weiß nur, dass es ein kleiner Junge ist mit Brille und irgendeinem komischen, weiß ich nicht. Irgendwas auf der Stirn, was war denn das, ein Besenstiel oder so. Gut, Julian, damit hast du den Pegel erreicht, an dem ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ähm, wir beenden diesen Podcast an dieser Stelle. Ich wünsche unseren Zuschörern, unseren Zuhörern und Zuschauern noch einen wundervollen Tag, morgen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr von diesen, ähm, Webcam-Folgen haben wollt, wo ihr auch so ein bisschen mehr individuell und interaktiv gucken könnt, was wir da so da haben. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, André und auch von mir einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Nacht, guten Mittag und was auch immer für eine Uhrzeit ist. Und macht's gut und tschüss. und tschüss. Vielen Dank.